So Und die zwei Das ganze mit T ist auch für wird ein bisschen nervig jetzt, aber das kriegen wir schon hin Dann hab ich natürlich den geraden Weg vergessen, lol T Bei dem speichert er sich sogar wenigstens, welches für den T ich ausgewählt hab, das ist gut Kreuzungen in die Mitte Dann kommt da noch ne Kurve Ne, warte, da kommt keine Kurve rein Da kommt ein T Da kommt ein T Und da kommt ein T nach unten Machen wir es so wie da Mit so einem Wanderwicht dazwischen Ich find den Friedhof echt sogar schick Cool Gefällt mir Der kommt mich dahin So Ne, es war eins zu weit Dann geht es hier wieder zusammen Geht hier nicht, ist aber auch ok Sehr schön Dann kommt hier noch ein T rein Da natürlich auch Und da auch Und den Rest machen wir die Kurven Ah ne, da hab ich noch ein T vergessen Und den Rest machen wir die Kurven Perfekt Sehr schön Und wenn ich da so ein kleines Wandergebiet Hier machen wir es am besten auch mal Können wir ruhig da sogar weiterziehen Das startet dann hier Geht dann da rüber Dann ziehen wir die alle eins weiter Perfekt Ja da geht es halt In der Schiene Müssen wir halt ein bisschen provisorisch machen dann Oder machen wir es ganz anders Und dann geht es zum Wanderweg über Fertig Macht es vielleicht denn so mehr Sinn So, hier geht es dann einfach bis dahin geradeaus So, dann kommt das Ding da rein Hallo, wie rum bist du? So rum Sehr gut Äh Ja, ne Kreuzung Ne Kurve Und nochmal zwei gerade Wege Das wäre unser Parkweg da Sehr schön Und dann geht es natürlich hier nochmal mit nem geraden Weg dahin So Das wäre der Parkweg Da haben wir die Lücke Weil so viel Wald ist mir da noch zu viel Weißt das wäre Da hätten wir noch was reinbauen können Dachte ich mir Deswegen ist jetzt das gekommen Aber sieht doch auch ganz schick aus Da machen wir natürlich gleich noch was rein Ich weiß nur noch nicht was Also die Ritterstatuen Die machen jetzt hier nicht so viel Sinn Weil das alles Von der Rechenweise hier halt doof ist Einfach da hinsetzen Warum nicht Ja diese ganzen 2x2 Dinger Da sind alle kacke Ah der hat sich gedreht da oben Das ist ja super Machen wir die da rein Osten rum Bäume Das ist ja auch ganz gut Und hier in die Mitte Machen wir nochmal Mh Sowas wie Parkbänke Einfach Oder Ach Quatsch Nicht Ritterstatue Denken wir da da hin Und da hin In die Mitte packen wir dann Wie auch da unten schon Also in die Mitte kommt hier So ein Ententeich So ein Pavillon Ding rein Da kommt noch so ein Ententeich Glaub ich mit rein Oder sowas Erstmal kommt hier oben Das Ding hin Genau Ja die Büsse Lassen wir mal Die sind jetzt vielleicht Ein bisschen übertrieben Aber da können wir nochmal Zwei Ententeiche reinpacken Wenn ich sie denn finde Da habe ich gerade gar keinen Plan Wo die waren Da Sehr schön Und den Rest mit Bulmen Machen wir Mach die Frigate mal kaputt Schön So neue Welt Dann haben wir das nämlich fertig Perfekt Sieht auch schick aus Sehr gut Und den Rest auch mal mit Laubbäumen zu Einfach weil Ist ein schönes Waldgebiet hier Das hier oben machen wir einfach Komplett mit Laubbäumen zu Damit die Schienen abgedeckt sind Und nicht immer eine Sichtweite Von den reichen Investoren sind Weißt du Und man kann nicht so unendlich Viele Bäume ziehen Das ist ja witzig Wusste ich gar nicht Ich habe es jetzt schon mehrmals gemerkt Aber dass es tatsächlich nicht geht Wusste ich gar nicht Ich weiß auch gar nicht Warum das nicht geht Ist ja komisch Ja hier Am Hafengebiet Das sind wir auch einfach weg Dann machen wir einfach dann Bäume hin Ich meine wir sind hier beim Friedhof Ja da muss jetzt kein Anderes Ding hin Das ziehen wir dann auch bis hierhin durch Finde ich eigentlich nicht mehr so schlecht Also hier das mit dem Parkgebiet Da finde ich super Der Friedhof macht sich auch echt gut da Das war das was ich meinte Hier kommt ein Waldgebiet hin Weißt du Zwischendurch können sie hier noch ein bisschen Das genießen Schönes Wassergeräusch Schweißer Wird so ein paar Wanderwegen Dazwischendurch Finde ich eigentlich Das ziemlich geil Hier ist dann der Friedhof Der sogar tatsächlich Finde ich saugut aussieht Tatsächlich Krass Ja und hier ist halt einfach nichts Aber das Da muss da auch nichts hin Weil ich wüsste halt auch nicht Was wir da hin machen sollen Weil es weit genug weg Von dem Wohnhaus sind es Dass wir den Park da hin machen könnten Aber so nahm Hafen dran ist Dass es halt auch doof wäre Dann machen wir einfach Bäume hin Fertig Genauso hier bin ich auch schon überlegt Was ich da hinsetzen soll Ich bin auch schon überlegt Einfach Bäume hinzupacken Ich glaube da brauche ich nochmal So einen Wanderweg oder sowas hin Ja Cool Finde ich tatsächlich saugeil alles Oh guck mal wie Es ist alles ausgefüllt hier Geil Herzlichen Glückwunsch Die Bahnbrechenerfindung ist fertig 4.000 Das habe ich mir schon fast gedacht Aber die dürfen wir auch gleich haben Ha Weil 4.000 Dann geht nämlich die nächste Stufe auch direkt schon Dann ziehen wir jetzt mal die 4 Plus den Tada Strom kriegt ihr jetzt auch dann Ja gut Wie sieht es eigentlich aus mit Rom und so Ist er stark am zappeln jetzt Konserven sinken wie erwartet Ähm Ich bin jetzt am Rum vorbei Wo habe ich denn jetzt rum gesehen Da Ne der Rum ist noch stabil Okay Es fängt wieder leicht an zu ruckeln Wir sind fast bei den 2 Stunden Wie auf den Timer gestellt Eben nochmal was trinken Ah wunderschön Wunderschön Ja hier machen wir nochmal so ein Wanderweg rein Die sind echt toll Aber aus der Promenade normal Ah ich habe was vergessen tatsächlich Die Bänke Ach das ist jetzt doof Egal Sitzen wir da 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 Ach wie ärgerlich Aber das Fixen war schnell Bänke sind ja alles kein Problem Ah ne vielleicht doch die Großen Weil die Großen Promenaden haben die Bänke Bei den Kleinen nicht oder Ich gucke gleich bei den Kleinen nochmal Ich habe das zwar gerade nicht so gesehen Warte die 3 setzen wir mal schon mal So da hin Zack 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 Ah ich finde eine Kurve Hoppala Gut dass ich nochmal gecheckt habe Ähm Wunderbar Das sieht so geil aus alles ne Ich gucke euch das Gesamtbild mal an Das ist heftig Einfach nur heftig So sieht es aus wie eine richtig komplett fertiggestart Okay natürlich die Module hier Die fehlen natürlich noch ne Klar ich weiß Aber was soll ich machen Hey wir haben jetzt 5000 Maximum Jetzt haben wir es geschafft So dann die nächsten Das siehst du ja Warte wie viel haben wir jetzt 900 ne Dann reicht es noch nicht für Strom Schade weil sie in Strom reinkommt Dann geht es mir schon noch viel viel mehr weiter ab So Jetzt können wir hier hingehen Dann nehmen wir Weil ich glaube hier war keine Parkbank dabei Ne Das sind ja nur die normalen Pfade Deswegen nehmen wir vielleicht doch lieber hier Ähm Unsere Promenade Weil sonst wird das nichts Starten tun wir einfach mal Hier Da trennen sich die Wege auch schon direkt Einfach so ein bisschen Komplett random Was bauen Was weiß ich auch schon Einfach mal testen was so passiert So da kommt dann der dran Einfach mal ziehen Ich muss mal ganz kurz hier diese ganzen Kack Naturbäume wegmachen Wie ich mit Fahrt besser sehen kann So Dann geht der weiter Dahin Der geht dann noch dahin Genau und da kommt er sogar noch zum Hafen So da haben wir nämlich vier Eingänge da hin Perfekt Alter 26.000 Münzen Die gönnt richtig Cool So dann gehen wir nochmal wieder auf Fahrt Ah warte ganz kurz Eben Zu den Schiffen gehen Den Weiß einsammeln Und wegbringen Bevor ich es vergesse Wenn mit ihr Möchte ich mich nicht versauen Weil die dann doch Zu wertvoll für uns ist Allein wegen Handel schon Ich meine jetzt brauchen wir es Die Rentschwanz nicht mehr Aber hey Die Millionen sammeln sich nicht von alleine an Unter ihrer Konkurrenz Ist ein Krieg ausgebrochen Wibbles zocken Und die Piraten Ja gut Viel Spaß Die Waffenruhe wurde beendet Wo habe ich den verkackt Ich habe beide verkackt Hoppala Da und da kommt einer hin Einmal gedreht Dann hier hin Und sonst noch Kurven Genau Dann sind die durch Nach oben hin zu machen Nach unten hin Sehr schön Dann kommt da nochmal so ein Ding hin Und eine Kreuzzone kommt hier rein Dann haben wir hier einfach so ein Wanderweg reingebaut Machen wir ab und zu noch einen Springbrunnen dazu Hier zum Beispiel Da kommt noch einer hin Hier in die Mitte kommt noch so ein Springbrunnen Platz hin Wo ihr dann jeweils hingehen könnt Genau Kreuzung und ein T Dann machen wir da vielleicht nochmal irgendwie So einen großen Springbrunnen rein Wo ich später vergessen habe Wo der ist Ich glaube hier war der Genau Iris ist Wie heißt der Iris umringt der Brunnen Genau Den setzen wir dann da hin Ebenfalls mit diesen Mittelgängen da hin So Fahrt nehmen Da 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 Perfekt Und dann machen wir vielleicht nochmal ganz kurz den Brunnen da unten hin Da Da bietet es ziemlich perfekt an Und dann machen wir vielleicht nochmal hier irgendwo Ein, zwei davon hin So Und den Rest machen wir zu mit Laubbäumen Wunderbar Weil es bietet sich absolut perfekt dafür an Einfach hier so ein schönes Parkgebäude Äh Parkgelände hinzumachen Oder Ja So sind auch Bäume drin Hervorragend Zu Na Sieht doch ganz cool aus Alter Es ist halt so cool wenn alles hier voll gebaut ist Und keine Solche Wiese mehr da ist Ne Ja das hier können wir uns sparen Das benötigen wir dann doch nicht mehr So Das ist Äh Jetzt weg Schön Da kommen nochmal Laubbäume rein Um die Lücken zu schließen Sehr gut Hier können wir nochmal so einen kleinen Wanderweg reinbauen Oder so einen kleinen Park Ich würde sogar schon fast sagen Wir versuchen diesen Park hier zu kopieren Weil der tatsächlich finde ich fantastisch aussieht Und so einen können wir ruhig zweimal nehmen Weil hier oben ja nochmal so ein reichen Gebiet ist Und das bietet sich hier doch einfach perfekt an Den da ebenfalls so dahin zu setzen Finde ich Weil das sieht halt einfach geil aus Leute ich will schießen Ich hab gerade Schüsse gehört Das ist auf der Insel Hä? Habe ich jetzt irgendwas verpasst? Was war ich das Feuerwerk hier oder so? The fuck? Was auch immer das jetzt war Ja okay Das war jetzt eher so mittelmäßig Ich weiß Es tat mir jetzt auch leid Wir machen jetzt einfach mal eine Die einfacher ist Hier die großen Die sind schon besser Ja wow Okay Das ist das Forschungsinstitut Hier wird geforscht Ja hier wird geforscht Aber er hätte das gedacht Ja hier war das Parkgebiet da nochmal Das ist wunderschön Und geht jetzt Sacrebleu Rate was ich vergessen habe Richtig Die Parkbänke Einfach irgendwo Lücken reinhauen Passt schon Sehr gut Dann Parkbänke Ich hoffe ich vergesse jetzt auch keinen Das wäre jetzt uns richtig bescheuert Sollte aber alles funktionieren Super Ist gut so ne? Wunderschön Sehr gut Jetzt ist hier noch der Weg dran Und da gehen wir einfach von hier aus Los Von da aus Von mir aus auch Du gehst sogar auf den Umweg dahin Gehst dann da mit rein Hier gehen wir einmal dahin Und nach oben Hier trennen sich die Wege einmal nach dahin auf Nach dahin Wunderschön Dann geht es hier einmal rein Da einmal rein Und da einmal rein Gut oder? Und dass diese Parkgelände wäre fertig Hier würde es sich sogar noch anbieten Tatsächlich Das da zu Na nicht so rum So rum zu machen Hier kommt ein Stein Obwohl so rum Obwohl so viele Wege sich eigentlich überall Splitten Interessant So kreuzung Da da und da so Und nochmal kurz ein paar Kurven setzen Wunderschön Passt Ganz kurz Wenn ich mich nicht verguckt gleich Den ganzen Schrott weg machen hier So Dann machen wir jetzt dann Diesmal denke ich dran Die Bänke rein Wunderbar Ja mega nice So Dann hier erst so die geraden Dinger da Zack 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 Dann die ganzen querliegenden Hier die geraden Da Da Hier die querliegenden Da habe ich einen verkackt Die müssen wir gleich löschen Dann hier einmal die Reihen lang ziehen Da Da Wunderschön Und dann machen wir dann nochmal ein paar Brunnen rein Die an manche Stellen ganz gut passen Hier zum Beispiel kommt dann Nee da machen wir so einen großen Iris im Ringen Brunnen rein Weil die hier tatsächlich sogar ziemlich gut Hinpasst Da Dann machen wir Hier noch so eine Promenade hin Wo wir dann Hier noch so ein paar Bänke platzieren So Kann nicht schaden Dann das da hin Sehr gut Dann kommt hier nochmal so ein Brunnen hin Da auch Drehen drehen wir Damit der nicht ganz zugleich ist Da würde sich nochmal so ein Brunnen eigentlich ganz gut machen Aber den mache ich lieber hier hin Da ist er noch besser Sehr schön Äh Den Rest machen wir glaube ich einfach mit Wald zu Ne Ja Dann kommt hier jetzt der Laubwald hin Der bis dahin schon gefüllt ist Sehr schön Ah ne ist doch gleich anders Okay ich kann mal wieder nicht ganz ziehen hier So ihr seid schonmal fest So dann kommt da noch ein Laubbaumgebiet hin Ja so ist kacke Ich will die da oben jetzt noch nicht machen Jetzt glaube ich noch nicht was da hinkommt So Und dann war das nächste Parkgebiet Ich würde sagen es sieht doch echt gut aus oder Schön naturbelassen Trotzdem alles schön siedelt Wenn man hier reingeht Hat man sogar noch richtig ordentlich Wohngebiete Aber schön alles Geteilt Perfekt Ja bin ich zufrieden mit So wie sieht es jetzt hier aus Können wir jetzt noch ein paar mehr bauen Ja ne Hab ich schon Hab ich schon Ja ärgerlich Wie viel hab ich denn jetzt eigentlich davon schon Wir haben fast 1000 auf jeden Fall Ja gut Oh Gott 6000 Forschungspunkte können wir schon machen Sehr schön Ja hier das haben wir jetzt alles erledigt Bis Also den kompletten südlichen Teil hier Haben wir durch Alter sieht das geil aus Leck mich am Arsch Aber egal wo du jetzt guckst Das sieht einfach nur fett aus Holy shit Junge Die Häfen sind auch wunderschön Hier selbst diese Billigwohngebiete Wo Arbeiter und so sind Ja Richtig geil Hier oben ist auch nochmal alles schön ordentlich gebaut Wahnsinn Ist einfach nur Wahnsinn Selbst dieses bisschen Industrie was wir hier drin haben Selbst das sieht ordentlich aus Prächtige Metropole Geil Alter Ja Museum und Ornament Ornamente sind halt echt heftig Ne Krasser Scheiß Ach lol Weißt du irgendwas warum das da unten nicht funktioniert hatte Hier War ich vergessen Dieses Palastgebäude zu bauen Ja Lol Ja fällt mir erstmal so ein paar Folgen später auf Ich weiß So hier zwischen müssen wir uns eigentlich noch Hecken setzen Oder Bäume Ich würde sagen sogar schon fast Bäume Oder Ja das sind keine Wohngebiete Ich würde hier sogar schon fast Bäume zwischen setzen Alter ist das krass Selbst die Schienen sehen hier drin ordentlich aus Das ist halt das was mich auch fasziniert Ne Dass wir hier wirklich alles ordentlich haben Hier ist keine Lücke Hier keine Eck Wo nicht einfach gar nichts ist Bis auf diese kleine Stelle Aber selbst da Das passt halt auch noch in die Szenerie rein Wahnsinn man Mit diesen Wanderwegen bin ich ehrlich gesagt froh Dass wir hier eingefallen sind Weil sonst hätten wir hier Park über Park gebaut Das wäre überlastet gewesen irgendwann Weißt du Das wäre nicht so schön Aber so Fantastisch Alter Krass Ja jetzt mache ich hier nochmal auf und mal aus Weil als nächstes kommt dann hier Dieses ganze Gebiet oben Und in der gleichen Zeit gucke ich auch schon mal nach Was die Bedürfnisangaben sind Für Unsere netten Gelehrten Damit wir nämlich in der nächsten Aufnahme Session Den Scheiß abschließen können Dann machen wir nämlich hier Noch ein Also hier kann auf jeden Fall ein Zoo hin Was wir da hinbauen Hier rechts Weiß ich noch nicht genau Aber hier oben Das wird ein Riesen Zoo Gebiet hier Was wir hier oben machen Weiß ich auch noch nicht Da könnte man so einen riesengroßen Park bauen Oder so Weiß weiß ich Aber das ist schon Mega Also was wir hier gebaut haben Absolut heftig Das ist total krank Ich habe noch nie Eine so geile Insel gebaut Boah Als ich das damals geplant hatte Das ist jetzt auch schon ein ganz gutes Stück her Habe ich nicht erwartet Dass das dann doch So gut funktioniert Guck mal Selbst hier Selbst so kleine Einheitlichkeiten Weißt du Diese Details hier Das macht so Spaß Geil Ja dann würde ich sagen Machen wir hier nochmal ganz kurz Pause Damit ich das ganz kurz wegrennen kann Und damit das hier alles ein bisschen Ich sag mal Ruckelfreier wieder wird Und dann bis gleich Beziehungsweise für euch Bis morgen Oder übermorgen Immer alle zwei Tage Dankeschön fürs Zuschauen Haut rein Und bis zum nächsten Mal Tschüss 70.000 geknackt Bis zum nächsten Mal Tschüss Bis zum nächsten Mal Tschüss Bis zum nächsten Mal Tschüss